Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Dürren Road. Ja, Dürren Road. So, letztes Stroh kommt auf den Boden. Ist alles von der Fläche. So, jetzt müssen wir eben kurz gucken, wie wir denn jetzt am besten verfahren. Ich würde vorschlagen, wir mähen erst. Denn ich brauche eigentlich den 400er auch. Muss ja noch kalken und Gülle fahren, ne? Der 800er ist ja noch am Säen. Ja, könnte man so machen, ne? Häu, müssen wir eh noch machen? Guck mal, wie die sich auseinanderzappeln, die Ballen. Ja, würde ich vorschlagen, mähen wir erst und dann haben wir den 400er nämlich auch frei. Die brauchen ihn ja jetzt doch mal öfters, ne? Dann können wir nämlich die Mähwecke abhängen. Das wäre schon ganz tutti, ne? Und das ist ja jetzt hier mal erledigt. Hat ganz gut Stroh gegeben. Also, vier Flächen. Wir haben, glaube ich, Stroh erstmal genug. Obwohl, das Jahr ist lang, ne? Weißt du auch noch nicht, ob das alle reicht, ne? Kopfhörer, wie das so laut. Hat da Musik gehört. Dann passt das. Hoffe ich. So, der kann jetzt mal hier stehen bleiben. Wir gucken eben nach dem 800er, ob der noch am Säen ist. Das ist gut. Dann, ab in 400er. Wollen wir auch mal eine Runde mit vorn, ne? Mäh, 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 mäh. Hoi, mäh. Wir brauchen noch ein Bild, ne? Mann, was das Zeug halt. So. So. Druck. Ich hoffe für dich, du hast ein Bild gemerkt. Ähm, ja, 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 ja. Silagen müssen wir eigentlich auch noch nehmen, ne? Ich schau mal. So, die so ein bisschen kloppt. Ah, wir können hier rein fahren, ne? Silvfeuer sind am Ende. Klappt euch auseinander. Wir nehmen nicht die größte Arbeitsbreite, aber wir müssen gehen. Boah, es sind die laut. So, machen wir mal alle runter. Boah, das ist viel langer Dauer. Boah, das ist viel langer Dauer. Es läuft. Ja, ich hab ja gesagt, das will mich nur ansicken mit den Arbeitsbreiten. Na, denn boah. Passt. Das ist ja nicht alles, wenn wir da auch mal umfällig sein. Das geht so. Das passt. Das ist ja doch ein bisschen steuer, ne? Aber wenn wir da auch mal umfällig sein, dann ist das ja alles okay. Aber die zwei Wiesen würde ich ganz gerne mähen. Aber wir müssen auch noch ein paar Mugeln fahren, wie gesagt, ne? Das ist ja 800 am Säen, bleib, weil Weizen ist ne Jammer. Man, schön saltig mehr weg, ne? Okay, man, soll ich sagen. Will ich springen, ne? Das ist ja mal eine krasse Wiese. Aber jetzt geht ja. Ich hab schon mal gesehen, ne? Ich hab noch keine Rede für. Jetzt muss er sich cool. Ich hab noch mal gesehen. Ich hab noch nie. Ich hab noch nie. Ehrlich, ne? Ehrlich. Aber hier haben wir auch wieder ein Problem. Es müssen gucken, wo die Bahnen ablegen, ne? Aber das ist ja noch Zukunftssemutter. Jetzt müssen wir jetzt nur das hier alle fertig kriegen. wenn er dann auch bewusst ist würde ich ganz gerne jetzt gesehen und sie sind und Ja, unten ist alles besser. Das geht ja gut, ne? Das ist alles hier unten vor den Hümen gleich. Ich will den noch tun, aber... Das ist alles. Und nun rückwitzig nochmal beim nächsten Filet. Auch rückwitzig. Okay. So. Okay, dann müssen wir mal konzentrieren, ne? Das ist alles bewuschtig. So. 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 Ah, mit der Wenzel. Das ist auch, glaube ich, die steilste Wiese. Ja, die andere ist steiler, die wir als erstes gemacht haben. Das ist eindeutig steiler. Diese ist halt nicht ziemlich grufig und winklig und nicht so ein gewordertes Stück, aber das ist ja halt so wild. Das ist nur ein Laufruf. Da muss man gleich noch mal was rum nehmen. Ich habe einfach alles gekriegt. Ich habe es stehen lassen. Ich werde nur noch fast schließlich auf dem Sitz. WDR 2. 0. WDR 2. 0. 0. 0. 0. Auto-Safe-Kanal-Play Und das sind die Ferdinand ganz gut mit Räumen und Gesägen und allem und allem und allem So, neunmal so So war auch klar So ein bisschen gucken Das ist die Schwerenlenken, ne? Von dem Frommelgebrunten So sieht man hier wegkornig So Ich gehe in den Wohen, oder? was aber liebe leute ich sag jetzt erst mal danke fürs zu gucken wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein Dornschuh freuen wenn es euch gefallen hat hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss